Boah, ist das eine Geburt. Aber allerdings eine sehr schwere. Ich hab nicht genügend Geld. Das gibt es nicht. Wir haben schon günstig eingekauft. Zumindest hier so raus, weißt du? So. Und dann machen wir den einen hier auch weiter. Ah, ich bin immer schon wieder Minus. Zack, geschafft. Keine Ahnung, wie ich das jetzt gemacht habe. Tja, zwei Waggons, das ist ja... wow. Immer 3,70 dafür. Und dann werden wir gleich damit auch mal eine Runde fahren, ne? Das ist etwas, da würde ich auch drauf gehen. Gibt es ja auch. Im Phantasialand gibt es ja sowas, wo man so am Reifen da sitzt und dann... Das ist dann schon in Ordnung. Na, kommt. Ist eröffnet. Hopp, 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 hopp. Hat das wieder irgendwas ausgefallen? Oh! Das war ganz gut da oben geschleudert. Oh, mit Wasserfall. Hui! Ja, es kommen gerade unzählige Informationen rein, aber das ist mir egal. Wir machen die Runde jetzt hier noch. Ja. Mechaniker 1, was hast du denn für ein Problem, hm? Wer ist denn hier für zuständig? Hui! Okay, der ist auf dem Weg dahin. Oktopus. Ach so, er ist gerade. Mal zwei Sachen, die ausgefallen sind. Was machen unsere Pandas? Nochmal gucken, ob alles in Ordnung ist. Mit unserem Zäunchen. Ja, perfekt. Mit denen geht's auch gut. Ja. Die ist trächtig. Guck mal. Boah, geil. noch 34 Monate. Cool. Cool. Warte mal jetzt für eine Meldung. Delfin Show. Das ist natürlich auch eine Überlegung wert, aber dafür braucht man Kohle. Dafür brauchen wir Geld, weil da müssen wir Wasser hier hin machen, damit so eine Delfin Show überhaupt möglich ist. Was heißt das? Was heißt das? Na, seht ihr, wie das mit Geld geht? Oh, ich habe, glaube ich, äh, etwas größeren Krater hinterlassen. Können wir ja gleich mal gucken, ob das reicht soweit. Können wir ja gleich mal gucken, ob das reicht soweit. Können wir ja schon mal mit Wasser auffüllen. So. Äh, Shows. Wo waren die? Delfin Show. 1000 Euro. Müsste aber eigentlich passen. Oh, das muss noch größer sein. Das weiß ich nicht. Müsste mal schauen, wenn wir mal die Kohle dafür haben. Johnny, den Brillenverkaufsstand. Okay. Ach so, ich sollte natürlich hier auch, äh, Laternen und sowas hin machen. So. Alles klar. Und Mülleimer. Nein, aber nicht so einen. Einen normalen. Na, das gefällt mir hier schon wieder nicht. Okay. Okay, da kommt einer. Ach, Tierpflegerin 1 macht ja jetzt hier auch einen auf. Aha. Ich hab keinen Bock mehr. Ach ja, das haben wir noch gar nicht gemacht hier. 170. 170. Wasserrutschen. Showelemente. Wege. Szenerie. Läden und Einrichtungen. Andere Bahnen. So. Machen wir mal 150. Auch Mechaniker. 100. Oh, 100. Aber was wir hier mal machen können, können wir es erhöhen. Auf 17 Euro. Dann gucken wir nochmal ganz kurz nach dem Zaun. was da alles gut ist. Turmflug. Ah, der ist ja jetzt schon da. Bestes Angebot haben wir. Okay. Ich hoffe, dass gleich mal hier wieder... Wo bist du? Hier unten. Du bist da irgendwo. Du da. Du bist hier. Ah, okay. Hat sich erledigt. Wobei hier immer noch Dreck ist. Und das gefällt mir nicht. Aber wir haben jetzt fast 900 Euro schon wieder. Sind die Bänke denn noch alle in Ordnung? Waren wir mal die hingestellt? Ja. Sieht alles noch in Ordnung aus. Es muss nichts repariert werden oder so. So. Du bist ja hier unten gewesen, ne? Ah, okay. Du bist wieder hier oben. Perfekt. Gut. Dann brauche ich ja nichts zu machen. Okay. So, jetzt haben wir über 1000. Jetzt möchte ich doch ganz gerne wissen. Nee, reicht noch nicht. Schade. Okay. Das heißt, wir müssen noch mehr. Wasser. Okay, dann füllen wir das ja schon mal mit Wasser. Okay. Und dann hoffen wir, dass das hier schon mal so ein bisschen reicht. Jetzt haben wir jetzt hier einfach einen See. Ich glaube nicht, dass das reicht. Und da sind die 1000 Euro wieder hin. Dann sind jetzt schon Fische drin. Ich war ein Fisch warm. Tja, kann ich jetzt nur hoffen, dass das gleich noch was gibt hier. Machen wir mal ein bisschen schneller. Oh, wir sind in den Miesen. 100 minus 22. Ja, aber die Bewohner, äh, Bewohner, die Besucher haben wir ja auch fast. So, das muss da jetzt auch mal reichen hier. Das ist alles nur für so eine blöde Delfin-Scheuer. So. Dann schauen wir mal, wenn nicht, dann haben wir Pech. Aber unsere Pandaren-Mama hier, die müsste auch bald. Ne, es ist der männliche. 29 Monate, okay, bald ist, äh, leicht übertrieben. Hm, ich hoffe, wir können das gleich ja noch hier dran bauen, weil das ist ja, das Wasser geht ja nur bis hier hin. Schauen wir mal. Was? Die ist am Fegen. Schnüss. Okay. Das ist alles für so eine scheiß Delfin-Show, äh. Ne, geht nicht. Okay. Da haben wir das Geld umsonst ausgegeben. Schade. Ja, da haben wir jetzt halt Wasser. 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 Okay, der ist, äh, doch, der ist auf dem Weg. Lass den mal. Äh. Chaos. Was war bei Frisbee, ne? Boah. Teuer. Frisbee ist teuer. Boah, irgendwas müssen wir noch bauen. Machen wir so einen Topstar hier hin. Haben wir ja noch nicht, ne? Okay. Würde ich sagen, machen wir das hier hin. So. Verbinden wir hier. So. Dann. Nehmen wir dafür 2,70. Auch alle 20 Minuten. Okay, dann machen wir hier. Geil, wir haben es geschafft. Ja, liebe Leute. Äh, nein. Falsch. Äh, wir haben es geschafft. Wir sind ein Tycoon. Perfekt. Ja. Das hätten wir uns dann hier sparen können. Schade. Ich wollte eigentlich eine Delfin-Show machen. Und das mit dem Panda kriegen wir leider nicht mehr hin. Mal 29 Wochen ist noch echt arg lang. Aber naja. Wir können ja mal gucken. Wie die Kleinen aussehen, ne? Mal mal eben schnell nach dem Zaun gucken. Nicht, dass der gleich abhauen kann. Oh, guck mal. Da haben wir doch schon einen. Ja. So sehen die Panda-Bären-Babys aus. Und ja. Das war's dann. Äh. Mit Szenario 7. Wir sehen uns dann morgen wieder. Wenn es wieder heißt. Let's Play Rollercoaster Tycoon 3 Deluxe Edition. Ich freue mich auf euch. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.